Und nun die Dägerschlachter Eulen mit der Zunftmeisterin Claudia Feld. Sie rufen Eule! 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 Und im Falle sie eine andere Farbe dazwischen entdecken, es gibt jetzt auch die grauen Eulen. Auch die Eulen bleiben nicht immer jung. Das sind die Senioren. Und wie ihr seht, der Automat läuft! Und läuft! Und läuft! Und läuft! Er läuft besser wie VW! Als nächstes erscheinen die Sonkelfinger Füchse. Mit dem Vorstand Tina Glaskainer und der Tina Kondrowat. Und sie rufen dreimal Halter! 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 Ich wusste gar nicht, dass es in Sonkelfinger so viel Füchse gibt. Und wieder eine sportliche Leistung. Super! Vielen Dank! Auf die Fuchs-Kurve in den dreigleistigen Halter! 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 Aus Grönlingen, die Narrengesellschaft der Rotanäxen. Mit dem ersten Vorsitzenden, Tanja Lisch! Danke für eure Mitmachen! Wir rufen dreimal Wot an! Wot an! Wot an! Und weil sie hören, sie sind die Lieds-Yoga aus dem Sägerland. Mit dem ersten Vorsitzenden, haben wir auf die Fuchs-Kurve in den Händen. Ich hab ihn gerade vom Händen! Das war das kann. Das war die Fries der R dis durften! So, dann haben wir die Größenvideo. Unsere Freunde aus Reutlingen-Nahm-Gesellschaft, Reutlingen-EV, die Botan-Hexer, mit ihrer ersten Vorstellung, die in Tanya an List und die schreit, Botan-Hexer, 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 gegründet werden sie nicht 2006. Die andere, die wir an der Hexe-Führerinnen-Date, Botan-Hexer, Botan-Hexer, Botan-Hexer. Botan-Hexer! 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 So, das ist ein Lenni-Modal, zu uns gekommen ein Sender, Lenni-Modal, Tugger, 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 Tugger. So, das ist ein Lenni-Modal, zu uns gekommen ein Sender, Lenni-Modal. So, das ist ein Lenni-Modal, zu uns gekommen ein Sender, Lenni-Modal. So, das ist ein Lenni-Modal, zu uns gekommen ein Sender, Lenni-Modal, zu uns gekommen ein Sender, Lenni-Modal. So, das ist ein Lenni-Modal, zu uns gekommen ein Sender, Lenni-Modal. So, das ist ein Lenni-Modal, zu uns gekommen ein Sender, Lenni-Modal. So, das ist ein Lenni-Modal. Untertitelung. BR 2018 Eine Hexe stehen gesessen! Eine Hexe stehen gesessen! Eine Hexe stehen gesessen!